Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Aldol-Kondensation. Um dieses Video gut verstehen zu können, solltet ihr einige Grundbegriffe kennen. Dazu gehören Aldehyde. Genauso wie Ketone. Ihr solltet wissen, was ein Carp-Anion ist. Ihr solltet mit dem Begriff Nukleophil vertraut sein. Und schließlich solltet ihr klare Vorstellungen über den Begriff der Mesomerie besitzen. Das Video ist folgendermaßen gegliedert. 1. Aldol-Reaktion und Aldol-Kondensation. 2. Der Mechanismus. 3. Die Bedeutung der Reaktion. 4. Biosynthese von Fructose. 5. Die Retro-Aldol-Reaktion. 6. Zusammenfassung. 1. Aldol-Reaktion und Aldol-Kondensation. Betrachten wir eine einfache Aldol-Reaktion. Sie wird auch als Aldol-Addition bezeichnet. Ein Molekül, Ethanal, reagiert mit einem weiteren Molekül, Ethanal. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.